So, wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben es irgendwie überlebt. Der Tank ist down. Bill ist zwar tot, aber wir könnten es jetzt eventuell schaffen. Wir müssen aufpassen. Wir sind nämlich alle fast tot. Ja. Hilfe Luis, Hilfe Luis, Hilfe Luis. Wir müssen jetzt echt extrem aufpassen. Schon gut, schon gut. Du hättest schon Medikett. Ich würde dich mal... Scheiße. Dich hat's echt erwischt. Du musst dringend versorgt werden. Sonst bist du beim nächsten Treffer. So. Hier gibt's ne Pipe und hier gibt's ne Molly. Nehmen wir ne Molly. Wir hätten jetzt... Wir hätten jetzt eine Chance, es zu schaffen. Boah, das ist krass, Alter. Das war so krass. So. Wir müssen zusammenbleiben. Ganz, ganz wichtig. Immer Schritt an Schritt. Da dringen aber schon voll viele, weißt du eh, ne? Jaja, aber jetzt haben wir keinen Tank hinter uns. Jetzt können wir schön langsam. Hier ist nämlich wichtig, schön langsam. Also wenn wir alles zu schnell machen, dann sterben wir sowieso. Okay. Muss immer schön langsam jedes Eck checken. Alle Zombies killen. Oh, da hinten könnten wir jetzt, äh, den Bill wiederholen. Machen wir schnell, komm mit. Den Bill? Ja, den kann man hier wieder die Tür aufmachen, dann kommt er wieder. Im Klo. Hahaha. Da ist jetzt haben wir den wieder. Und der ist jetzt wieder, ja, hat zwar kein volles Leben, aber egal. Aber immerhin. Ja, immerhin ist er wieder da. Wir sollten das jetzt eventuell schaffen können. Ich werde jetzt den Granatenwerfer nehmen. Das heißt, ich bin nur auf Distanz gut. Okay. Weil wir nicht den Granatenwerfer. Weil mit der Schrotflinte kann ich nur... Ja, und vorsichtig vorgehen. Wow. Ne, ne, ne. Geh raus aus der Seite. Geh raus aus der Seite. Bin ich schon. Okay, gut. Wir haben sie überlebt. Passt schon. Oh. Hast du gesehen, was einen scheiß Angriff ausmachen kann? Ja. Das ist extrem. Das ist echt extrem. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Boah, ich hab da was schlechtes Bedenken. Ne, ne, ne. Wir schaffen das. Das ist ja Wahnsinn hier. Nur motiviert bleiben und aufpassen. So. Auf Distanz kann ich alle schon wegbomben. Also müsstest du ein bisschen vorgehen. Da, komm. Oh, vorsichtig. Oh, es kommen wieder Haufen Zombies. Ich hab keine Monition. Aber da ist eine Kettensäge, die ist auch sehr gut. So. Und darfst du vorgehen. Aha. Ihr haltet mir den Rücken voll. Okay, geh in den Eck, geh in den Eck. Komm zurück. Warum? Was ist passiert? Ja, die Musik kommt. Es kommen Zombies. Nimm die Kettensäge raus. Nimm die Kettensäge raus. Nimm die Kettensäge raus. Ja, geht nicht mehr. Ist zu spät. So, ich helfe dir hoch. Ich helfe dir gleich. Oh, jetzt sind beide down. Jawoll. Ich helfe dir aufzustehen. Ein Jockey ist da vorne irgendwo. Ja. Ich höre. So, komm mit. Boah, ich hab Angst. Pass auf, pass auf, pass auf. Es kommen ganz viele, es kommen jetzt ganz, ganz viele. Wo bist du? Hinter dir. Wir sind alle fast tot. Boah, nee, das wird nix, Alter. Das schaffen wir nicht. Nee, bleib motiviert. Das passt schon. Das machen wir. Du gibst viel zu früh auf. Ich hab Angst. Nie aufgeben. Wir packen das. Oh mein Gott. Egal, die anderen zwei sind noch da. Es sieht so aus, als ob es da vorne ist. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Beim nächsten Mal. Ein Schlagrohr noch und ich bin down. Ah, bei mir geht es nicht anders. Nee, wir brauchen Medipacks, sonst geht das nicht. Das ist unmöglich. Hier gibt es ne Pfanne. Was ist denn das? Ne Pfanne, ja super. Oh, da drüben sehe ich was. Was? Ein Hunter. Aber nichts. Das war knapp, Mann. Holy Shit, ich war noch nie so am Arsch. Nee, ich auch nicht. Und nichts zum Heilen. Nee, gar nix. Aber wie es aussieht... Ah, ich bin tot. Da geht es rechts rein. Warte, ich werde dir ein bisschen helfen vielleicht. Aus der Zuschauerperspektive. Gehen wir da rechts rein. Warte. Da ist was. Scheiß drauf, geh rein. Da bist du sicherer. Da gibt es vielleicht irgendwas. Achtung, ein Zombie ist drin. Hinter der Tür. Der ist ein Zombie. Ja, hab ihn. Gibt es da denn irgendwas? Ja, ein Molly. Aber sonst nix. Sonst nix. Warte mal. Ich guck mal schnell, wo das Ende denn eigentlich ist. Boah, vergiss es. Nee, schaff es noch nicht. Schaff es noch nicht. Nee. Nee, ich bin tot. Das ist viel zu weit weg. Boah, fuck ist die Map schwer, du. Bist du blöd. Nee, aber guck mal die Checkpoints an. Finde ich total beschissen. Wir könnten auf normal stellen. Auf normal könnten wir durchlaufen. Ja, mach normal. Das bringt nix. Das hat keinen Sinn. Das schaffst du nicht ohne noch zwei weitere echte Spieler. Naja. F1 bitte, danke. Gut, auf normal, glaub ich. Auf normal sollten wir jetzt eigentlich da durchlaufen wie nichts, ja. Das ist nicht normal, das ist übertrieben schwer. Auf normal sollten wir nicht so viele Probleme haben, weil dann sind die Spawns ein bisschen besser. Also von den Medikids und so Zeug, Waffen. Und wir nehmen weniger Schaden. Aber wenigstens macht es Spaß irgendwie, weil es war irgendwie schon ganz cool am Ende irgendwie so. Ja, das war... Das war... Das war viel in einem Horrorfilm, Alter. Ja, so kurz vorm Sterben und irgendwie nicht wissen, was passiert. Und keiner weiß, wo es hingeht. Ja, das ist ja noch dazu. Ah, hier kommt immer eine Welle, habe ich mittlerweile gemerkt. Ja. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, deine erste Errungenschaft in Life of Dad. Ach, das hab ich mir gemacht. Mit dem Jockey gekillt. Halt wahrscheinlich öfter. Dann bekommt man das. Oh mein Gott, Alter, ich sehe gar nichts. Ich war besprüht mit so grünen Sperma oder so. Ja, wenn du angespuckt wirst, ist am besten irgendwo stehen bleiben und einfach ducken. Stehen bleiben, ducken und die anderen helfen dir dann. Ah, okay. Ja, rumlaufen ist immer doof. Oh, der Zombie hat sich jetzt selber verbrannt. Hahaha. Ja, und ich treffe ihn nicht. Neu. Suizid-Zombie. Der hat sich selbst verbrannt. Wie schön. Tabletten. So, hier ist wieder. Tabletten. Und Molli. Ja, Tank sollte jetzt auch kein großes Problem sein. Ne. Diesmal haben wir ihn. Vor allem, er steckt auch weniger ein. So, hier gibt es einen Molli, der könnte. Ich hasse diese Cha-Cha-Auschlöcher. Oh, der hatte ich jetzt echt gut erwischt. Genau beim Hochklettern. Ja. Super, wüsste, dass du da gerade hochkommst. Ja. Voller Lappen. Hä? Hä? Ich brauche Medizin. Wobei, äh, ich hab ja, ach, lol. Was hab ich denn? Ach, okay, passt schon, passt schon. Dacht schon, was ist denn da los? Geht schon. Die Laser-Shot, was man denn die Standard hat. Die sind viel, viel cooler, als wie das depperte Fadenkreuz. Ja. Aber die sind eigentlich selten. Ja. Ist natürlich normal, dass er immer gerade mich angreift. Ist dir das aufgefallen? Ja, du warst schon auch gerade das beste Ziel. So. Weil du immer weiter weg von der Gruppe bist, öfter. Äh, soll ich die Tabletten jetzt schon nehmen? Ja, nimm sie jetzt. Und ich mach die Tür auf und lauf und ich mach die gleiche Taktik wieder vor. Okay. Und schießen dann da aufs Fass. Okay, los, los, los. Äh, 3, 2, 1. Schön. Hast du den Biscale im Visier? Hm, nein, aber ich hab vorher gemacht, hier hab ich auch vorher gemacht. Äh, du hast kein Molli oder irgendwas aufgehoben. Das ist ein bisschen doof. Ich hab ja auch, da war auch keins. Ähm, doch, da oben. Aber egal. Brauchen wir eh nicht. Wie du siehst, Tank ist schon down. Ey, Alter, wie wenig der auf einmal aushält, ne? Ja. Lois wurde er gezogen. Habe ich nur geholfen? Habe ich nur geholfen? Habe ich nur geholfen? Das ist ja. Was ist denn mit dem Los da hinten? Bill, was ist los, alter Mann? Boah, das gibt's ja nicht. Ich hab voll den Schaden gedrückt, du nicht. Boah. Oh, Säure, Säure, Säure. Raus da, Raus da, Raus da. Raus da aus der Säure. Und Jockey! Wie der dich jetzt erwischt hat, möchte ich auch wissen. Ich bin vor dir gestanden. Ja, mein ich ja. Manchmal total komisch. Wow, jetzt hab ich Glück gehabt. Ein Charger ist genau in der Mitte von uns rein. Der ist bei uns gespawnt? Ne, der ist genau zwischen uns reingerannt. Wir haben echt Glück gehabt. Boah. Das war vielleicht ein Meter dazwischen uns oder so. So, hier gibt's zwei Mollys Glück. Ja. Joa, jetzt haben wir's doch eigentlich recht gut geschafft, würde ich mal sagen. Joa, aber dank normal. Sonst hätten wir das nicht hinkriegt. Dank normal, ja. Sonst, wie gesagt, wir bräuchten halt noch einen Spieler. Mindestens. Ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, wir machen das Voting da. Genau. Es wäre halt cool, wenn wir noch welche hätten. Ah, nicht das Grüne Laufen, Mann. Es war nur ein bisschen gering, da kann ich, das kann ich aushalten. Super Lady, weiß der auch so. Jojo. Hunter. Und ne Smoker. Na, das sind die zwei besten Gruppen, die zwei. Den mögen sie sich ganz gern. So, ich hätte dann auch mal später mal so ein bisschen Bock auf Versus machen wieder. Aber dafür musst du, weil ich den Andi noch ausbilden zum Pro. Und dann machen wir alle, dann machen wir alle fertig. So, genau. Schön ins Eck. Das ist immer das Wichtigste hier. Dass der Rücken gedeckt ist. Ja, das ist immer noch ein Fehler. Das mache ich aber nie. Genau. Ist eigentlich immer das Erste, was ich mache. Immer schauen, dass mein Rücken gedeckt ist. So spart man sich einiges. Weil wenn sie alle um einen herum stehen, dann weiß man, da kommt man gar nicht mehr nach. Dann weiß man nicht, wo man als erstes hinschlagen soll. Das ist echt brutal. So, ich könnte... Jetzt sind wir an Ort und Stelle, wo wir verreckt sind. Ne, ein bisschen weiter vorne. Ne, ein bisschen weiter vorne, ja. Aber es ist noch ein weiter Weg. Ja, es ist leider noch ein weiter Weg. Ja, aber es geht, es geht. Aber wir sind auch jetzt um einiges fitter, würde ich mal behaupten. Ja, um einiges. Ja. So, hier gibt es wieder zwei Waffen. Nehme ich mal zwei mit hier. Heilen werde ich mich noch nicht. Die anderen zwei NPCs, hm. Es ist wichtiger, wenn wir im Leben sind, als die zwei. Ja, aber die sind irgendwie gar nicht mal so unnützlich, muss ich sagen. Achtung, Jockey! Ey, Alter! Ich habe keine Munition. Scheiße. Na, ich habe auch noch fünf Schuss. Nicht zu weit vorlaufen, nicht zu weit vorlaufen. Ich muss schauen, dass wir gemeinsam vorgehen. Wir haben auch eine Witch. Oh mein Gott, ne jetzt, oder? Ja, aber die können wir leicht umgehen, glaube ich. Die ist irgendwo rechts, wir müssen hier weiter nach links. So, warte, ich lock mal alle Zombies an. Ja, aber glaubst du, dass der Steller der Map das einfach zulässt, dass wir die Witch umgehen? Äh, kann sie gar nicht kontrollieren. Er kann sie irgendwo hinsetzen? Ja, aber daher, dass sie besser platziert, oder? Oh, ich weiß nicht. Oh, warte, hier gibt's irgendwas. Scheiße, ich bin im Arsch. Oh mein Gott. Ich glaube, hier gibt's was zum Heilen. Ich komme gleich holen. Ich komme gleich holen. Hier oben gibt's was zum Heilen, also, ist jetzt mal sehr schön hier. Und Munition gibt's hier auch noch, also, warte, ich komme zu euch. Passt schon, alles im Griff. Passt. So, komm mal hierher. Da haben wir was zum Heilen und Munition, das ist natürlich sehr, sehr geil. Das ist endlich, wurde aber auch Zeit. So, falls irgendwas passiert, mache hier mal ein Kanister. So, hier noch ein bisschen abchecken da. Ob es noch was gibt. Ne, hier gibt's nichts. Medikids würde ich nehmen. Dann sind wir wieder topfit. Ja, die können sich auch rein, die zwei. Sehr schön. Hier gibt's nochmal Waffen. Aber ich bleib bei meiner Shotgun. Ich finde das schon cool, die Dialoge und so, ne? Ja, ab und zu lassen sind wir schon ein paar nette Gespräche los. Arbeiten direkt aufgelassen. Mach zu hier. Jockey rechts. Aufpassen, wenn du rausgehst. Wow. Da ist auch schon. Da wurde auch schon mein guter kleiner Freund. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter geht's. Wir müssen nämlich hier links runter, wie es aussieht. Nicht hier runter. Ich bin hier zu konzentriert. Warte mal. Ich muss mich mal anders hinsetzen und mich entspannen. Puh. Okay. Geht. Passt. Weißt du, wenn du hier entspannen musst, musst du mir fünf Minuten Pause machen? Ne. Ich bin voll konzentriert. Ich bin voll da. Ich bin absolut cool und so. Weißt du, weißt du, fünf Minuten Pause machen, weißt du was und dann geht's wieder? Ne, sowas mache ich nicht, du. Ne, sowas mache ich echt nicht. Das ist meiner unwürdig, du. Ich habe ja die Nuten dafür. Das habe ich nicht gesagt. Ja, schickst du auch mal vorbei. Das war nur laut gedacht. Nein. Danke, du hast mich gelettet. Es kommen ganz viele Zombies, also aufpassen hier. Ich finde, das Maschinengewehr immer noch am besten von allen. Ja, das ist auch ziemlich gut. Wow, Charger. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow, mich hat sie voll weggehauen, du. Super Sache, halt's im Maul, du. Deine super Sache, was war denn da denn jetzt super? Achtung, Jockey. Ne, mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht. Ich bin ein bisschen schwerer zu erwischen. Sprichst du mal rum, die Nura, oder was? Dass du dich nicht erwischen? Ja, und im Kreis. Okay. So kann man dir am besten ausweichen. Also nie auf einer Linie bleiben mit denen. Wir versuchen irgendwie so im Kreis zu laufen. Dann hat man es eigentlich immer ganz gut. Was, wo? Das hat gesagt, die Leiter hoch. Wo gibt's denn die Leiter? Ich hab gar nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Ah, hier. Kommt. Oh, Hunter. Ich werde gepickt. Ach, geht wieder. Irgendwann wird's da an dir schon merken, dass man nicht alleine rumlaufen soll. Irgendwann wird's schon soweit sein. Ich weiß nicht, dieses alleine machen, ich weiß nicht. Ich hab das immer gemacht. Naja, aber in dem Spiel, das ist ein bisschen kacke. So, komm mal ein bisschen weiter. Hier rein. Bevor wir da zombies kommen. Hier ist nämlich eine Leiter. Ich bin nicht teamplayfähig. Ah, sollte man hier schon sein. Ah doch, bei Resident Evil war eigentlich ein gutes Team. Ja, gut, aber da kenn ich das Spiel wieder auswendig. Ja, aber gut, Teamplay hat ja nichts mit auswendig zu tun eigentlich. Sorry. Oh, Charger. Oh mein Gott. Ne, das nicht, aber da konnte es halt die Rocky-Aktion ruhig machen, weil es ist halt ganz. Die kann ich halt hier nicht machen. Ne, nicht ganz. Guck mal, was hab ich denn da? Irgendwas, was springt. Wo der Feuer macht, eins von beiden. Oh, hier gibt's wieder neue Strootflinten. Blöder Trex-Zombie. Verbandzeug. Moni und Verbandszeug. Sehr schön. Aber den Bill werde ich trotzdem nicht retten. Du hast besser gesagt. So, Vorsicht. Unnötig Leben verlieren muss man nicht. Ne, weiß doch nicht, ne? Doch, doch, da vorne. Aber was auch für einen Vorteil hat, ja, weil er immer so hat, ja. So schön vordend. Dann bestimmt man eine Köder für die Zombies und ich kann dann alle schön töten. Ja eben. Und ich weiß dann, wo alles sind und so. Genau, du lockst alle an und ich balle alle down. Und wohl zu weit vorlaufen ist nie gut. Das war zu weit. Boah, bin schon da. Bin schon da. Keine Angst. Oh, jetzt hat ein Zombie von mir gespawnt und ist gestorben. Komisch. Das war ein Emo-Zombie. Ne, das war ich. Nur hast du es nicht gesehen, weil ich so schnell bin. Man nennt mich auch der Volvo-Lady. Die der Volvo-Lady. Ah, okay, hier geht es dann noch so weiter. Schade, dass man hier nicht Auto fahren kann. Oh ja, da müssen wir Dead Island zocken. Da hätte ich mal richtig Bock auf Dead Island, ohne Scheiß. Ja, Dead Island könnte man nicht auch machen. Kein Problem. Jetzt hast du doch schon fertig, oder? Ja, aber von mir aus stecken wir es nochmal. Genau. So, man haben wir geschafft auf normal. Boah, ich war wieder der Schlechteste. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber bist ja noch neu. Es wird schon auch mal eine Zeit kommen, wo dann vielleicht sogar mehr Kirsch als ich. Es wird halt dauern, ein paar Jahre. Nee, jetzt geht es. Nein. Spaß. Gut, dann haben wir diese Map wieder geschafft. Die nächste Map, also die letzte, die vierte von vier. Gibt es dann, wie gewohnt, wieder beim Riflebee. Und Link gibt es natürlich im Video. Und ja, viel Spaß beim Schauen. Und ich hoffe, ihr hattet nicht zu viel. Wie soll ich das nochmal sagen? Wir sind halt ein bisschen gefehlt, ja. Aber kann ja auch lustig sein. Das gehört dazu, das gehört dazu. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Tschüss.